Liddlefoot, hier drüben, beeile dich. Du tust uns Unrecht, Dreihorn. Ich tue nur das, was getan werden muss. Aber das geht wirklich zu weit. Was, was, was machen wir bloß mit den Erwachsenen, Liddlefoot? Sie benehmen sich wie Kleinkinder. Ja, du hast recht. Daran sind nur die donnernden Wasserfälle schuld. Wenn wir mehr Wasser hätten, würde alles ganz anders sein. Was ist es, Cera? Was ist was? Wasser! Wenn wir Wasser finden, werden die Erwachsenen aufhören, sich zu streiten. Ja, vielleicht. Mit Ausnahme von meinem Vater. Er findet immer einen Grund zum Streiten. Ja, etwas mürrisch ist er schon. Aber das ist er bestimmt nur, weil er sich Sorgen um das Wasser macht. Ja, wie auch immer. Holen wir Petri, Ducky und Spike und dann suchen wir Wasser. Schließen wir einen Kompromiss? Nein, wir müssen hart bleiben. Können wir uns denn gar nicht einig werden? Sind jetzt alle da? Ja, ja, ja. Wir sind alle da. Oh nein, sind wir nicht. Wo ist Spike? Spike, mich musst du nicht fragen. Mein Bruder ist er nicht. Oh Spike, wo bist du, kleiner Bruder? Was ist das? Hört an sich wie Monster. Du brauchst keine Angst zu haben, Petri. Das ist kein Monster. Das ist Spike. Spike? Das sind seine typischen Schlaflaute. Komm, ich zeig's dir. Siehst du? Du hast recht, Ducky. Wach auf, Dummarchen. Jetzt ist nicht Schlafzeit. Jetzt ist Aufstehzeit. Aufgesteht. Alles klar, Spike? Oh, Spike, wach. Spike, schlaf. Nein, Spike, nicht. Alles in Ordnung, Petri? Spike, sein aber starker Schläfer. Wir müssen ihn aufhecken, denn wir brauchen jeden Einzelnen, um Wasser zu finden. Wasser? Ja, ich helfe ihm Wasser finden. Spike, hör auf. Ich bin bis jetzt noch kein Wasser gefunden. Keine Sorge, Spike. Ich weiß, dass wir es finden werden. Das müssen wir auch. Denn wenn sich unsere Eltern weiter so wütend streiten, dann kriege ich einen Schreikrampf. Oh, dann werde ich auch laut schreien. Petri, guter Schreihals. Was ist mit dir, Spike? Der Hecht! Ah! Gott sei es. Gott sei es. Gott sei es. Untertitelung des ZDF, 2020